Yo, servus liebe Freunde, heute mal wieder mit einem neuen Video am Start, wir spielen ja, nein, nicht, ja, okay, ich kann kein Double Time Rap, wir haben es verstanden. Jo, servus liebe Freunde, heute mal wieder mit einem neuen Video am Start, boah, das ging klar, wir spielen ja, nein, nicht, Moderator ist Sunny Allergötz und wir werden einfach um unsere Ehre spielen, Bestrafung ist, was ist Bestrafung, Freestyle, ich weiß es nicht und los geht's. Ich hab übrigens heute ein Hemd angezogen, weil das ein krasses Spiel ist, man nachdenken muss und ich fühle mich so ein bisschen seriöser. Bitte, steh mal kurz auf. Warum? Ich will dein komplettes Suit zeigen. Warum denn? Bitte, ich will einfach zeigen. Ich will, dass die Leute sehen, wie fresh du bist. Zeig einfach an. Zeig bitte, steh einfach auf. Boah, man sieht nix. Spring einmal hoch. Okay, wir fangen jetzt an. Komm, zeig dein komplettes Suit. Mamed, du fühlst mich wie ein Suit. Ja, okay, Bruder, ich schnuck dich nach. Okay, ich fange an. Echt? Ja. Okay, lol, Roffel. Ja, nein, nicht, erste Runde Allergötz gegen Allergötz. Warte, Bruder, warte. Ohne das für deinen Namen. Kann sein. Einer von den Namen Mohamed. Mohamed Ali ohne Allergötz. Bist du 27 Jahre alt geworden? Vor kurzem. Hast du am Berg von Beja geworzelt? Kann sein. Warst du auf der Wintergymnase? War ich. Kannst du etwas anderes als kann sein sagen? Auf jeden Fall. Spielst du Fußball? Momentan nicht. Nein, nicht, 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 nicht. Das ist ekelhaft, ne? Nee. Das ist ekelhaft. Eieiei, ei. Das war aber auch ein krasses Tempo, war. Ich habe einfach momentan nicht gesagt. Ja, ich gebe mir Mühe. Wir haben noch nicht angefangen, wir machen uns schon fertig. Ja, aber ich weiß, dass der schon wieder drin ist. Los geht's. Mann, hast du eine Mütze auf dem Kopf? Ich habe eine Mütze auf dem Kopf. Sieht aus mit einer Brille auf der Nase? Die habe ich auch. Ist die Gold? Gegebenenfalls. Ist das eine Ray-Ban? Schon. Studierst du Jura? Momentan. Bist du in Trier? Negativ. Warst du mal in Trier? Positiv. Warst du auch auf dem Wintergymnallhub? Früher. Hast du Basketball gespielt? Früher. Ah, darf ich nicht, ne? Zählstab nicht mehr. Ah doch, Bruder, spiel weiter. Bist du mal noch Basketball? Schon. Warst du gestern Basketball spielen? Waren wir. Bist du jemand, der oft schwitzt? Sehr oft. Ist das ein Problem für dich da? Leider. Bist du kurz im Omel geworden, oder? Nochmal. Bist du kurz im Omel geworden, oder? Darauf bin ich sehr stolz. Liebst du deine Nichte? Über alles. Und wie ist das mit deiner Schwester? Ich denke auch. Liebst du ihn noch zu Hause? Leider. Möchtest du beide umziehen? Inshallah. Dein höchster Abschlussagentur? Möchtest du auch schon? Schon? Warte, der muss sagen, schon, ne? Ja, das ist, äh... Wie ist deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe ist, äh, Bordeaux. Bordeaux. Also es ist ein direkt... Ey, wie lange willst du denn fragen? Aber, ja, ich hab echt zu oft schon, ich hab dreimal schon gesagt, ja? Bude, scheiß auf diese Schuldung, aber dann antworte ich ein bisschen schneller. Ich war bei meinem Braus sehr lange. Ich antworte safe hundertmal schneller. Das... Das Ding ist, äh, wenn ich nur auf ja, nein, nicht achten müsste, wäre gar kein Problem. Aber weil ich auch darauf achten muss, dass ich etwas nicht wiederhole, ist es noch anstrengender, weißt du? Ja, wer hat er auch nicht auf? Ja, naja, eigentlich ja nicht. Aber ich war auf jeden Fall flüssiger. Ja, viel flüssiger. Aber egal, 1-0 für mehr. Ich gebe mir Mühe. Okay, zweite Runde. Okay, ohne. Ja, bitte. Hast du ein weistes Hemd an? Boah, nee. Doch. Nee? Ja, scheiße, ich hab verloren. Nein, aber nee ist... Doch, 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 nee ist nein. Nee ist nein. Dann kannst du auch nö sagen. Ich hab einfach mit der ersten Frage verloren. Man kann auch yo sagen. Ich hab einfach mit der ersten Frage verloren. Wie schlecht bin ich heute? Hä, nein, mach mal wieder ohne. Doch, 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 doch. Nee, nee. Wenn du nee nicht durchfasst... Nee ist direkt raus. Du kannst mich auslachen, Bruder. Ich hab ja... Das Ding ist, ich dachte mir gerade sofort, sagt er nicht einfach ja. Aber dann ist mir einfach der kleine Ja sagen. Hättest du mal gesagt perlweiß oder so. Nein, ich wollte sagen, ich hab Bordeaux. Du sagst nicht Bordeaux. Was für Bordeaux? Ja, das wäre ja schnitzig gewesen. Hä? Ich hab mal gleich wieder erste Frage rausgeflogen. Was für ein Opfer ich bin. Nein. Ja, bitte. Beschreibst du dich öfter als den Batsch Busch aus Trier? Des öfters. Des öfteren. Des öfteren. Des öfters. Hast du dir selber den Namen gegeben? Ich denke schon. Ist Batsch schon ein Vorbild für dich? Auf jeden Fall. Wie sieht es aus mit deiner Mama? Ist deine Mama ein Vorbild für dich? Auch. Macht deine Mama mehr im Haushalt? Leider. Hilfst du regelmäßig? Niemals. Bist du ein Monster? Alhamdulillah. Hast du dein Glauben auch aus? Alhamdulillah. Jetzt hab ich das zwei Mal schon gemacht. Das zählt nicht. Verkackt. Das hab ich letztlich schon, da haben wir okay gesagt. Diese Runde ist vorbei. Also willst du aufgeben in dieser Runde? Bruder, das ist asozial dir gegenüber. Ich hab schon zweimal diesen Runde jetzt gemacht. Beim ersten Mal war er korrekt von euch. Hab ich gesagt, komm, okay. Aber das zweite Mal ist asozial, deswegen ich gebe diese Runde auf. Auf Ehrenbasis. Ey, der will immer auf korrekt wirken, ne? Was heißt wirken? Ich will, dass es fair ist. Wenn er verliert, weißt du, was ich meine? Dann ist er wirklich asozial. Aber wenn er im Gewinn ist, tut er einen auf Ehrenmann. Ich werd nie wieder korrekt sein. Ich weiß, dass du mich nicht magst. Alles gut. War umlebig. Sanem, es kann losgehen. Drei, zwei, eins. Ohne. Bist du groß? Ein Meter sechsnachtzig. Bist du klein? Ein Meter sechsnachtzig. Bist du charmant? Auf jeden Fall. Bist du jetzt witzig betitelt? Würde ich. Hast du Humor? Hab ich. Bist du schlau? Sehr schlau. Bist du dun? Überhaupt. Bist du aktiv? Sehr aktiv. Bist du sportlich? Sehr sportlich. Meinst du Fußball? Ich mag Fußball. Regst du dich doch mal auf, dass wenn er nicht erster geworden ist? Auf jeden Fall reg ich mich darüber auf. Bist du der Meinung, Türkei ist gut? Türkei wird immer besser. Deutschland? Deutschland wird immer schlechter. Hast du alle Kuh gemacht? 2013. Hast du einen Realsprachschluss? Hab ich, glaube ich, eher... Nimmst du deine Familie? Tue ich. Nimmst du deine Freunde? Manche. Nimmst du das Leben? Auf jeden Fall. Bist du dankbar? Ich bin sehr dankbar. Bist du empathisch? Ich bin sehr empathisch und sympathisch. Bist du sympathisch? Ich bin auch sympathisch. Vorbei. Final round. 2-2. Last round. Go on. Los geht's. Gute Nacht, Leute. Okay, let's go. Magst du den J.B. witzig? Über alles. Findest du dich selber witzig? Zu sehr. Findest du ihn witzig? Auf jeden Fall. Probierst du manchmal ein dieser Dinge? Zu oft. Hast du Abitur? Ich habe Abitur. Hast du Realsprachschluss? Inkludiert. Warst du in Brandt in Kleinertten? Auch. Warst du auch woanders in Kleinertten? Niemals. Warst du in Brandt in der Schule? Vier Jahre. Warst du öfter in Aachen unterwegs? Bist du witzig? Manchmal. Hast du Humor? Das öfteren. Würdest du dich als Humor bezeichnen? Safe. Wie groß? Leider negativ. Nein. Leider positiv. Ich habe Ohren. Warst du eine Nase? Tatsächlich auch. Wie sieht es aus mit deinem Mund? Auch vorhanden. Das war die letzte Runde. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Ja. Wofür habe ich ein Hemd angezogen? Wofür hat der 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 Hemd angezogen? Also Bestrafung. Tamar macht den Mund auf. Ich mache es gerade schon in deinem Mund. Ich muss mein Hemd ausziehen. Ich muss mein Hemd, Hemd, Hemd ausziehen. Das ist mein Schirt. Das will ich gar nicht sagen. Nee, das ist dein Schirt. Wo ich auch gleich würde es dran anziehen? Ja, dann darfst du halt nicht daneben schütten. So, Leute, schon mehr Z-Shirt an. Falls er daneben schüttet, hat er festgehalten. Das passt ihm einfach besser als mir, was? Komm. Steck doch in den Mund rein. Was soll ich so halten? Ja, dann guck. Ja, warte. Bisschen mehr. Überträgt. Wenn du das in den direkten Rache machst, kutzt dich das direkt hier raus. Komm, los geht's. Warte, ich muss mein Frachen schützen. Guck mal, dass du ein neues Radwinkel rein machst. Waterboarding mit Chilisauce. Ja. Was geht's? Okay, leicht. Schlucken. Schluck das doch. Ich würde das so gerne lecken jetzt. Also nicht aus deinem Mund, sondern ne, das ist was ich meine. Ja, wenn du so machst, wirst du ersticken. Schluck's doch. Nein, mein T-Shirt. Schluck es. Einfach schlucken. Ist nicht so schwer. Echt? So schlimm? Wah, du ekelhafter. Warum sieht der mein Shirt an? Ah. Das ist das einzig lustige gerade. Ah, du ekelhafter. Ah, du ekelhafter. Ah, du ekelhafter. Ist das so scharf? Das ist so ekelhafter. Was? Das ist die leckerste Soße. Ich sabbert die ganze Zeit durch. Guck mal. Ich kann nichts dagegen tun. Wallah, guck mal. Ich sabbert einfach weiter. Ich kann nichts machen. Das sabbert. Wallah, das sabbert einfach weiter. Ich kann nichts machen. Ich schwöre, das sabbert einfach. Guck mal, guck mal. Wasserfall. Wasserfall, Wasserfall. Hä? Was geht da ab? Ich hab keine Ahnung, was da ist. Guck mal, was da gerade abgeht. Guck mal. Ey, das ist gut. Dein Stoffwechsel ist angeregt. Dein Kopf ist rot. Aus deinen Ohren kommt. Komm, komm, komm. Guck mal, dann seh ich auf. Fuck, ich rauch immer. Warte mal, dein Mund schluck mal alles, was du willst. Ich muss ins Badezimmer. Du willst ins Badezimmer? Ja. Willst du ein Seba? Ja. Ja, warte. Ich rauch ein Seba. Ey, das war doch voll lecker. Ach. Du hast ja nichts davon geschluckt. Boah, das sieht aus, als wäre das so Eiweiß, was du rausspuckt. So richtig glitschig, gemäßig. Ui. Wahnsinn. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann macht einfach... ...galix. Tsch, 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 tsch. Tsch, 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 tsch.